Ich lerne Deutsch. Ein Wort. Sechs Sätze. Aufregend. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das aufregende Fußballspiel endet mit einem spektakulären Unentschieden. Das aufregende Fußballspiel endet mit einem spektakulären Unentschieden. Ihr aufregender archäologischer Fund machte weltweit Schlagzeilen. Ihr aufregender archäologischer Fund machte weltweit Schlagzeilen. Ihr aufregender archäologischer Fund machte weltweit Schlagzeilen. Als die Kinder den Weihnachtsmann sahen, waren sie ganz aufgeregt. Als die Kinder den Weihnachtsmann sahen, waren sie ganz aufgeregt. Als die Kinder den Weihnachtsmann sahen, waren sie ganz aufgeregt. Den aufregenden Moment, als er um ihre Hand anhielt, wird sie nie vergessen. Vor dem ersten Schultag war Lars aufgeregt und gespannt, was ihn erwarten würde. Nach monatelangen Vorbereitungen war die Braut aufgeregt, endlich ihren Hochzeitstag zu erleben. Nach monatelangen Vorbereitungen war die Braut aufgeregt, endlich ihren Hochzeitstag zu erleben. Nach monatelangen Vorbereitungen war die Braut aufgeregt, endlich ihren Hochzeitstag zu erleben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bhagavad Gita 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 Vielen Dank.